Auf Grundlage der Bonner Venen-Studie wird von ca. 1,4 Millionen Lymphödem-Patienten in Deutschland ausgegangen. Nach einer schulmedizinischen onkologischen Therapie entwickeln etwa 20% aller Brustkrebs-Patientinnen ein sekundäres Arm-, Brust- und Thorax-Wand-Lymphödem. Ähnliche Zahlen liegen beim sekundären Bein-Lymphödem vor. Primäre Lymphödeme werden durch genetische Fehlentwicklungen des Lymphgefäßsystems verursacht und treten häufig bereits in der Pubertät auf. Ebenso wie die sekundären Lymphödeme erfordern sie eine lebenslange Behandlung durch Maßnahmen der komplexen physikalischen Entstauungstherapie. So sollen die Patienten vor einer fortschreitenden Chronifizierung bewahrt werden. Das Lymphgefäßsystem steht in enger Beziehung zum Blutkreislauf, der aus einem arteriellen und einem venösen System besteht. 60% aller Extremitäten-Ödeme basieren auf Erkrankungen des venösen Systems. In den Stadien 2 und 3, nach Widmer sind die sogenannte phlebolympostatische Ödeme, müssen sie mit der manuellen Lymphdrainage und dem lymphologischen Kompressionsverband entödematisiert werden. Erst danach sollte eine Versorgung mit medizinischer Kompressionsbestrumpfung erfolgen. Bei postoperativen Ödemen nach chirurgischen Eingriffen und posttraumatischen Ödemen, wie zum Beispiel im Leistungssport, ist die komplexe physikalische Entstauungstherapie und damit die manuelle Lymphdrainage und der lymphologische Kompressionsverband zur Beschleunigung der Abschwellung und Schmerzlinderung indiziert. Die Kompressionstherapie als Mittel der Wahl bei lymphologischen Erkrankungen ist so alt wie die Medizin selbst. Ihre Wirkung ist durch wissenschaftliche Studien hinreichend belegt. Mit ergänzenden modernen und ambulanzfreundlichen Materialien ist der lymphologische Kompressionsverband in Verbindung mit Kurzzugbinden nach wie vor, neben der manuellen Lymphdrainage, die wichtigste Maßnahme erfolgreicher Entstauung lymphostatischer Ödeme. Er erhält und optimiert den durch die manuelle Lymphdrainage erreichten Behandlungserfolg und verbessert durch das Widerlager von außen die Wirksamkeit der Muskel- und Gelenkpumpe. Deshalb wird der Lymphologische Kompressionsverband heute in Klinik, Ambulanz und Sportphysiotherapie flächendeckend eingesetzt. Neben seiner Wirkung auf lymphostatische Ödeme beeinflusst der Lymphologische Kompressionsverband ebenfalls auch das venöse System. So wirkt er einer Venenklappeninsuffizienz entgegen und steigert die Fließgeschwindigkeit in der venösen Strombahn. So ein Klinik, Ambulanz und B charts. So ein Klinik, Ambulanz und Bический Kompressionsverband in Klinik, Ambulanz und B geführt, sprich er von oben in Klinik, Ambulanz und B Bucket, So fühlt es ein ursprünger zu sein und bewegt, am Rastrmann und Barschenswert. So ein Klinik, Ambulanz und Barschenswert réalist, so ein Klinik. So ein Klinik, Ambulanz und Barschenswert, Untertitelung des ZDF, 2020